Tausende Menschen im Libanon wurden durch explodierende Pecha verletzt. Nach ersten Berichten starben mehrere Menschen. Offenbar handelte es sich bei den Explosionen der kleinen tragbaren Funkempfänger um einen Angriff auf Mitglieder der libanesischen Hisbollah, die diese Pecha zur Kommunikation nutzen. Der libanesische Informationsminister Makkari bezeichnete die Detonation als, Zitat, israelische Aggression. Ein Bericht der New York Times machte ebenfalls den israelischen Geheimdienst Mossad für die Explosionen verantwortlich. Google und der Mutterkonzern Alphabet entgehen einer Strafzahlung. Das Gericht der Europäischen Union hält eine Entscheidung der EU-Kommission für nicht ausreichend begründet, die Google zu knapp 1,5 Milliarden Euro Strafzahlung verpflichtet hätte. Dabei ging es um die Frage, ob der Suchmaschinenanbieter seine Marktmacht über das Anzeigensystem AdSense missbraucht und Wettbewerber so unzulässig behindert habe. Gegen das Urteil des EU-Gerichts ist Berufung beim Europäischen Gerichtshof möglich. Meta-Plattforms hat RT, Rossiya, Segodnia und andere russische Staatsmedien weltweit auf den eigenen Online-Diensten geblockt. Der Ausschluss betrifft Facebook, Instagram, Threads sowie WhatsApp. Die russischen Medien stehen unter der Kontrolle der russischen Regierung. Ihnen wird vorgeworfen, Täuschungstaktiken zu verwenden, um verdeckt Einfluss auf den laufenden US-Präsidentschaftswahlkampf zu nehmen. In der Europäischen Union sind RT und Sputnik bereits seit März 2022 wegen des Vorwurfs der Kriegspropaganda nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verboten. Amazon wird vorgeworfen, in den Vereinigten Staaten mit gefälschten Rabatten zu arbeiten, um Kunden vom Kauf eines Fire-TV-Fernsehers aus Eigenproduktion zu überzeugen. Ein Kläger aus Florida hat eine Sammelklage gegen Amazon eingereicht. Der Vorwurf, Amazon verwende systematisch gefälschte Rabatte auf seinen Produktseiten, um potenzielle Kunden in die Irre zu führen. Die US-Luftaufsichtsbehörde FAA hat gegen SpaceX eine Strafe in Höhe von etwa 630.000 US-Dollar verhängt. Elon Musks Weltraumunternehmen soll sich bei zwei Weltraummissionen im Jahr 2023 nicht an Lizenzvorgaben gehalten und damit Sicherheitsrisiken in Kauf genommen haben. SpaceX-CEO Elon Musk kündigte an, gegen die Strafzahlungen der FAA vorzugehen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung Du bist IT-Profi? Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, der Dich herausfordert und fördert? Dann bist Du in der DZ-Bankgruppe genau richtig. Mit acht starken Unternehmen, von der Union Investment über DZ-Hyp bis hin zur Bausparkasse Schwäbisch Hall, bietet Dir die DZ-Bankgruppe vielfältige Karrierechancen. Besonders in der IT, über alle Bank- und Finanzdienstleistungen hinweg. Werde Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe, genieße Top-Benefits und finde das Perfect Match für Deine Karriere. Gemeinsam können wir mehr bewirken. Informiere Dich jetzt auf karriere.dzbankgruppe.de